Ja, Fels ist natürlich auch tätig im Bereich der Pauschal-Unterstützungskasse für Emissionshäuser, für Finanzdienstleistungsunternehmen, für Produktanbieter, die eine Pauschal-Unterstützungskasse anbieten wollen, um einfach die Rückdeckung mit eigenen Produkten zu machen. Fels selber ist ja komplett unabhängig. Wir verstehen nichts von Produkten, wir verstehen nichts von Kapitalanlage, wir verstehen was vom Recht der Pauschal-Unterstützungskasse von der betriebswirtschaftlichen Gestaltung und vor allem vom Arbeits- und vom Steuerrecht. Und da richten wir wirklich für Produktgeber-Unterstützungskassen ein, von der Gründung bis hin zur Anmeldung beim Finanzamt bis hin zur kompletten Verwaltungsübernahme mit den eigenen entsprechenden Workflows, mit den eigenen individuellen Pricing-Modellen, mit den eigenen individuellen Ausgestaltungsformen und Ausgestaltungsmöglichkeiten. Das ist unsere Kernkompetenz. Wir sind dann als Ansprechpartner, die alle Funktionen, alle Tätigkeiten des Vorstands übernehmen und hier für die Unterstützungskasse für den jeweiligen Anbieter abwickeln.